Am 15. Dezember 2013 ist die 15-Jahre-Julebens-Show der WSA. Ich hoffe nicht, dass sie drei und ich, der Otto Kringer, wieder der Ballett aufsonsten, ist mir wurscht, uns mal hinstellen. Und wenn Sie das Spektakel verfolgen wollt, dann kommt's am 15. Dezember zur WSA und schaut sich das an, gell? Bis dann.